Hallo! Na du? Hehehe Wolle kaufen irgendwas cooles? Wolle kaufen Teich dahinten? Wasterrad dahinten? 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 Ja klar! Wolle kaufen dicke Geisse? Wolle kaufen Rose? Ja, eine Rose nehme ich. Wolle kaufen irgendwas anderes? Jawohl, ich gebe dir eine Rose. Wolle kaufen Rose? Hier haben sie Rose. Das ist eine Melke. Das ist fast das gleiche. Aber es sieht aus wie Rose. Schmeckt wie Rose. Riecht wie Rose. Aber es ist keine Rose. Es ist eine Melke. Aber es schmeckt wie Rose. Und es ist keine Rose. Aber es sieht aus wie Rose. Man riecht wie Rose. Aber es schmeckt nicht wie Rose. Aber es schmeckt wie Rose. Was? Das gibt keinen Sinn. Ich habe keine Rose. Ich habe keine Rose an. Warum? Das war Spaß. Ich habe Rose an. Das sah nur so aus. Weißt du was ich auch habe? Ich habe eine coole Kleid. Ich habe diese Kleidung. Ich habe eine Schwert. Ich habe Plätze für Dolche, für Pistole. Aber ich trage eine Schwert. Die kann ich auch benutzen. Aber das ist mir egal. Weil ich habe eine Rose. Wolle Rose kaufen? Ich kann nichts sehen. Ich habe nur ein Auge. Und ich bin ein Pirat. Aber egal was Pirat ist. Ich habe eine Schwert und ich weiß wie ich sie benutzen kann. Ich renne durch die Gegend. Aber ich gucke nicht wohin ich renne. Ich weiß, weil ich habe eine Rose. Die Rose führt mich zu dem Weg. Und die dicke Katze. Das ist eine Nelke. Wolle Rose kaufen? Das ist eine Nelke. Wolle Nelke kaufen? Ich habe doch schon eine. Aber das ist Nelke von Nelke. Nelke von Nelke. Wolle kaufen was anderes. Hallo Bitschön. Hier haben sie einmal ein K-Glas. Das ist ein K-Glas. Hier haben sie einmal K-Glas. K-Glas auf Stau. Aber wissen Sie was? Sie sind eine geile Schnecke. Deswegen bekommen sie auch eine geile Schnecke. Warum? Weißt du was sie noch machen können? Fehlt ein bisschen Farbe im Gesicht. Wissen Sie was in der Farbe schon nicht passen könnte? Diese Farbe könnte passen. Limettengrün in meinem Gesicht. Ja, das könnte gut passen. Ich weiß ja nicht. Sie sind? Was sind sie? Droide? Ja, ja. Freilich gucken ob ich ihnen etwas herstellen kann. Was für eine Level sind sie? 16. Was für eine Waffe haben sie? Ich habe die Achterwaffe. Haben sie Achterwaffe? Ich kann gucken. Ich könnte eine 17er Stock herstellen. Aber ich habe keine Materialien dafür. Da fehlte mir nur eine Wachstumsformel. Aber die habe ich nicht. Ich bin nämlich ein Lalafell. Ich bin klein. Gucken sie mal machen wir so. Machen wir so. Machen so. Das machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Und Zapzalap. Zapzalap. Guck, da haben wir diese gut gemacht. Zapzalap für sie. Handel anbeten. Ich wünsche ihnen vielen Spaß. Hier haben sie. Magi. Dankeschön. Dankeschön. Beehren sie uns nie wieder. Okay. Äh. Hehehehe. Hehehehe. bei mir. ECHATENDgi. TTA